Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Der Abschlepper ist ja bereits da. Für uns wird es noch fünf bis zehn Minuten hier dauern. Wir nehmen noch die ausgelaufenen Betriebsstoffe auf und dann hoffen wir, dass wir bei unserer Familie auch zu Hause sein können. Das hoffen wir auch und vielen Dank an die Freiwillige Feuerwehr. Frohe Weihnachten! Ich wünsche Ihnen noch. Vielen Dank!